So, was geht ab YouTube? Ich küsse eure Herzen. Wir sind hier live auf Twitch, DelarueTV. Schaut gerne vorbei. Wir gucken uns heute Pumping Monkey an. Tinder Zürich eskaliert. Denn ich will mal gucken, was die Leute da in der Schweiz haben. Denn ihr wisst schon. 23. Geburtstag Stream. Ich küsse eure Herzen. Wir starten so. Wir starten so. Okay Leute, wir sind jetzt in Zürich, in der Schweiz. Bist du bereit? Es geht ab Leute, guckt mal die Umgebung zu. Pervers. Jetzt gibt's was? Tinder. Auf meine Art. Meine Art, was ist mit dir? Auf unsere Art. Auf unsere Art. Normal. Oh, 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 uns. Oh, 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 unser. Okay, ich mach die Jungs, du machst die Mädels. Das ist nicht dein Bett oder sein Bett. Das ist unser Bett. Nein, normal. Weißt du? Pervers. Ich mach die Jungs. Zufrieden? Ich liebe dich, Versat. Du machst die Jungs? Ja, ich hoffe. Okay, es ist ja üblich. Aber bevor wir anfangen. Checkt die Jungs einmal ab. Okay, guckt sie euch mal an. Wey, yo, eine hübsche wie der andere hier. Oh mein Gott. Wallah. Wow. Algierische Mannschaft, kolumbische Mannschaft. Guckt sie euch mal an, als italienische Mannschaft. Und da haben wir unsere Single Ladies. Ich sag euch direkt, was für Land. Wow. Wow. Oh mein Gott. Wow. Wow, Rihanna ist auch am Start. Krass, Alter. Okay, wir... Aber habt ihr die einen gesehen? Wallah, der hat einen Leiner einfach bis zum Hinterkopf. Stellst du dich einmal vor? Warte, ich geh mal nochmal hier. Kannst du nochmal sagen? Ich bin Rihanna, bin 17 und bin trans. Rihanna? Ja. Trans? Yes. Seit wann? Also ich habe mich seit einem Jahr geoutet. Okay. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Ähm... Nein. Check ihn erst mal ab, von oben bis unten. I've been really trying, baby. Jetzt? Lacoste-Tasse, Digga. Tasche. Tasche, Digga. Ja, Tasche, Lacoste-Tasse. Begründe es. Würdest du ihn daten? Ja, nein. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Weil, ähm... Also, sein Style ist okay, aber sein Gesicht ist so hässlich. Also, ich finde das hässlich. Sein Gesicht ist für mich nicht schön. Also, ich finde das gar nicht schön. Was ist so dein Geschmack? Ähm, eigentlich so Lightskeen. Sie hat voll die weibliche Stimme, gell? Das ist krass. Seid mir ehrlich, wenn Licht aus wäre, wer hätte dir drauf reingefallen? Seid ehrlich. Schon hart. Oder, ja, Lightskeen, Locken. Locken? Ja. Was bist du für eine Landsfrau? Dominikanerin. Dominikanerin. Okay, hören wir uns die Meinung mal von drüben an. Ewa, stell dich mal vor. Scheiße, Raffa. Raffel, ah. Ich bin Portugaisch. Woher kommst du? Oh, Portugaisch! Gosens. Nochmal. Portugal. Portugal, Ewa. Ich bin Latino auch, so wie sie. Du bist ein Dumm! Keine Latinos. Ewa, egal. Ein Augezudruck nachher. Ach so, ja, check mal die Dame ab. Ich bin Portugal. Ah, Latino. Nein, wir sind keine Latinos. Nein, wir sind keine Latinos. Nein, wir sind keine Latinos. Nein. Würdest du sie daten? Ja, bekundet es. Nein. 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 Sie ist ein Typ. Ich brauche eine Frau. Was der meint. Was der meint. Was sagst du dazu? Was sagst du? Ich bin mehr Frau als zwei Frauen da draußen. Ohhhh. Nochmal. Also. Nein. Nein. Wir haben ein Nein. Nein. Wir gehen ein zweiter. Hi. Hallo. Stell dich mal vor. Tufan, bin 19. Tufan? Ja. Woher kommst du? Ola, Tufan. Der nächste, äh, die nächste. Ich bin in Libanesien. Aus Zürich? Ja, genau. Okay. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Check ihn mal von oben bis unten, diesen Jigos. Ola, kann jemand ihr sagen, dass die Licht anmachen soll, wenn die sich schminkt? So, wie heißt du nochmal? Tufan. Tufan. Ja. Tufan, begründest, würdest du ihn daten? Ja, nein. Ich sehe es, und von Weitem ist man zu jung. Zu jung? Ja. Wie alt bist du? 90. Okay. Ich bin gleich alt, aber ist nicht so mein Typ. Ist nicht dein Typ? Nein. Sieht süß aus, aber ist nicht mein Typ. Okay. Korrekt gemacht. Gut, hören wir uns die Meinung von drüben. Ewa. Ewa. Äh, stell dich mal vor. Ich bin Prinz, 19. Oh. Ja, genau, genau, genau. Prinz auf Zürich. Genau, genau, du weißt. Ah, das ist doch der, wie ging der Satz nochmal? Isma, ja, ich hab vergessen, wie das der Satz ging, Digga. Ali, du weißt schon, welchen Satz. Ich bin Designer. Ewa, sieht man, Achis. Check sie mal von unten. Gleich auf Maestro. Ja. Check sie aus. Halt die Schnur. Das war diese Bruder. Würdest du sie daten? Ja, nein, bekunde das. Ganz ehrlich? Ja. Bombe Frau, sag ich ehrlich. Aber hey, nicht beidseitig. Hey, haltet mal die Schnur. Ah, korrekt gemacht. Applaus. Applaus, Leute. Also haben wir ein Ja. Ja, ja. Nein. Nein. Sehr korrekt, gefällt mir. So kann es bleiben. Dann haben wir die nächste. Stellst du dich vor? Ich bin Vincenzo, ähm, bin Sachsach und muss Italien und lebe auch in Zürich. Was? Ich bin Vincenzo, ähm, bin Sachsach und muss Italien. Wir sind Sachsach. Sachsach. Ich bin Sachsach. Ich bin Italien und lebe auch in Zürich. Was, Bruder? Du bist auch Trons? Nein, also ich weiß nicht, was ich genau bin. Also ich bin noch am herausfinden, aber einfach er. Du weißt nicht, was, die wär's. Was, dritte Geschlecht? Nein. Gibt nur zwei. Ja. Okay, check mal Luciano einmal von oben bis unten ab. Also ist ein Junge. Jetzt begründe es. Ist doch ein Junge oder Sachsach ist das, oder? Oder hörst du an wie ein Pokémon, gell? Sachsach! Agwagnarre! Verpischt du, Hohen! Ja, nein. Nein, weil er ist ein bisschen klein und... Barbar, Digga, Sachsach. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich stand nur auf dünne Leute, also Sixpack und ever, ever. Aber, sein Style sieht gut aus. Ever, ever. Ich stand nur auf dünne Leute, also Sixpack und ever, ever. Aber, sie... Aber, sie... Ich habe nur Sixpack verstanden. Vielen, vielen Dank. Verstanden. Sixpack. Ja. Epp. Also, ja, nein? Nein. Nein? Was ist dein Typ? Ähm, eigentlich auch Marokkaner. Lang, dünn. Oh, la, ich, ja. Lang. Lang. Oh, okay. Dann hören wir jetzt die Meinung jetzt von drüben ab. Ewa, was geht ab? Ewa, äh, stell dich mal vor. Jasin, bin 17, bin Marokkaner. Und, ja, ist nicht mein Typ. Ist nicht dein Typ? Weil, sie ist trans und, äh, ja, sie ist hässlich. Du schießt auf Marokkaner? Oder du willst Sixpack, wo, was? Sixpack. Schatz, sagst du, sagst du. Mach dich kein Problem. So, Baba Marokkaner, der wartet, die, die sagt nein, weißt du? Wisst ihr, wieso die nein sagt? Weil, die weiß ganz genau, die kriegt Kopf. Hast du noch was zu sagen? Nein, eigentlich nö. Die kriegt Kopf. Hast du noch was zu sagen? Nein, eigentlich nö. Bruder, was ist das für eine Sprache, Bruder? Vala Jovica, falls du da bist, oder jeder, der hier aus Schweiz, und wir, wir sehen uns irgendwann mal. Und ihr redet mit mir so, gell? Bruder, ich löscht euer Twitch. Vala, Deutsch nach Corona-Impfung. Ich schwör's dir. Die weiß ganz genau, die kriegt Kopf. Hast du noch was zu sagen? Nein, eigentlich nö. Nee. Nein. Es ist schon traurig genug, es reicht. Gib ihm. Sag mal nochmal. Du bist schon traurig genug, es reicht langsam. Hör mal zu, ich sag eins, ich sag eins ganz klar. Ah nein, du hast hier... Er hat nichts gehört, aber... Er hat nichts gehört, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Also nein. Nein, Bruder, siehst du nicht? Nein. Dafür habe ich einen besseren Charakter als du, Schatz. Du siehst aus. Ey, 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 ey. No. Da habe ich eine Becherze. Was? Da bleibe ich rein. Wie machen die ihre Zunge? Wie machen die... Wallah, und dann sagen die zu Araber... Dann sagen die Araber, hört sich so an. Wallah, haben die mal... Was ist denn das, Cousin? Ich war auf Koran-Hieroglyphen-Sprache. Ich verstehe gar nichts. Das ist einfach bärbische Deutsch, Bruder. Wallah, man versteht keinen Ton. Wallah, das ist bärbisches Deutsch. Also nein. Nein, Bruder, sicher nicht. Nein? Dafür habe ich einen besseren Charakter als du, Schatz. Du siehst aus. Ey, ey. No, man. Okay, wir gehen einen Zweiter. Hey, ich bin Lani und bin hier mit meinen... ...besten Brüdern. Oh, wie rar. Schweiz, beste Land, Mann. Beste Land, diese Schweiz, Mann. Wer alt bist du? Ich bin 18 Jahre jung. 18 Jahre jung. Check den Playboy mal von oben bis unter. Was? Äh, ja. I've been really trying, baby. Wey, yo. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Also ich mag nicht so fettige Haare und nicht so Typen, die so nach Schweiz riechen. Also nein. Ne, nicht so. Was ist denn dein Typ? Ähm, attraktiv. Attraktiv? Ja. Und er ist es nicht? Nein, nicht für mich. Also ich finde bestimmt irgendjemand, aber nicht mich. Gut, ey. Ey, was geht ab? Darum sage ich euch, Chat, nicht mit diese Johnson Johnson und diese Ding AstraZeneca impfen. Macht das nicht. Ey, ey, check mir, check mal die Chaya von unten bis unten ab. Das ist Baba. Okay! Wait a minute. Wait a minute. I've been really trying, baby. I love you. Look out con with. Wait. What just came out with alone? No. Olla, nein. 想 mitouth. Transe. Nur Transe. Transe. Oder, Schatz. Oh. Hey, hey, hey. Hey, hey. Duh, Schatz. Hey, hey. 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 was passiert hat ich glaube da kommt der dreckig gleich mit dem dritten bein hätte ich niemals gedacht geht mal auseinander auseinander bitte ich will ein anständiges kinder aber es klappt nicht und hier ist nichts geplant es passiert einfach ich hab den ein ich habe allen vor der kamera gesagt ich will ein stylisches kind auf haraga dankeschön für zwei euro korrekt 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 wenn er nicht ein typ ist wenn sie nicht ein typ ist macht stylisch aber bitte nicht beleidigen wir machen weiter kommt du warst range ok stell dich mal vor ich halte leider ist hochdeutsch reden türkisch ganz hochdeutsch wenig wenig weißt du was deine aufgabe sie leider ja in bewerten schweiz tiefdeutsch oder warum sagen die ich kann hochdeutsch noch nie so was gehört oder hochdeutsch und tiefdeutsch und seitlich deutsch und so ja hoch arabisch kusen es gibt vierhundert zwölf länder die arabisch sprechen bruder das natürlich oder es gibt ein land was deutsch spricht und sagt mir nicht die schweizerische deutsch jetzt sagt es würdest du in der österreich hat nur diese aufhaltigenehmigung diese aufenthalts drei monate dürfen die deutsch sprechen wo es nur ausgeliehen bei den ja nein begründet nein weil ich auf frauen stehe wer wäre hier dein geschmack nein alle gleich wir fragen mal was wir fragen mal drüben er wird es du dir daten begründet ja oder nein nein ich würde nicht warum weil ich nicht so 17 was war der grund weil die stelle so vielleicht ist das einfach marok wala das ist wenn die eltern die nur fast in the furious sind wenn du kind bist du guckst nur fast in the furious und auf araberinnen araberinnen und latinas und latinas du wolltest irgendwas sagen zu dir schatz ich lang die krena du stück wo sind seine augen hin wo habt ihr diese theorie mit eidechsen menschen gehört subhanallah wo sind seine augen gut kuck mal ich bin euch ehrlich ich bin euch ehrlich deswegen abstand aber so geht das machen was kuck mal kuck mal kuck mal kuck mal kuck mal kuck mal oder warum sind seine augen so rot ihre augen so rot rolle dies auf sachsach oder kuck mal 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 Hey, Leute, auf jeden Fall hier, es sind so viele Leute, auf jeden Fall. Leute, das wusste ich nicht, ich wollte ein stylisches Kinder. Ist es okay für dich, das Video? Für dich auch? Ja. Ist das Video okay für dich? Ja, ja. Für dich auch? Ja, eigentlich schon, aber ich wollte auch noch was sagen. Was wolltest du sagen? Und zwar, eigentlich habe ich die Schwester echt gefeiert, aber ihr Charakter ist so billig wie ihre Tallyway Jeans. Und mit so einem Gesicht sollte man nicht so viel sagen, weil sie ist männlicher als wir alle zusammen. Ist es für dich auch okay? Hä? Das Video. Ja, alles okay. Einfach, ich würde nur mal gut sagen, sie ist mega peinlich, aber wirklich. Warte mal, warte mal, ich bin ein bisschen abidergeil. Hey, wir beenden jetzt das Video. Okay, ich habe es versucht. Das war es mit Tinder, Zürich. Ich werde euch noch alle besuchen. Zürich, was geht ab? War sehr, sehr lustig. Cooles Video. Also wir haben auf jeden Fall, können wir eine Sache mitnehmen. Wenn man in der Schweiz ist, doppelt hinsehen. Ich küsse eure Herzen, shit. Immer bei Sonnenlicht Frauen daten, okay? Ich küsse euch auch mitnehmen. Wirken. Musik. Bis zum nächsten Mal.